Hallo Leute, ich bin Amiro und willkommen zu einer neuen Folge Rainbow Six Siege. Wie denke ich mal einige von euch mitbekommen haben, macht Serenity wieder Videos. Und im neuesten Video hat er so einen kleinen Spot aufs Chalet gezeigt und den habe ich einfach mal ausprobiert. Und der hat wirklich beim allerersten Mal direkt funktioniert. Und ja, das ist eigentlich auch das Geile an Rainbow Six. Man lernt nie aus, man findet immer wieder neue Wege und wenn es halt durch das Schauen von anderen Spielern ist, und jetzt aber erstmal viel Spaß mit der Folge. Los geht's. Fuck. Woher wusste die Fotze denn, dass wir da stehen? Oh. Oh. Alter. Nein. Shut up all their lives. War ganz gut. Er fickt dein Vorhoch. Alter. Ich muss halt auch dran denken, dass wir da hinten sind. Aber kann doch sein, dass einer dann nach unten geht. Ja, das meine ich. Alles halt nicht, Junge. Kommt der da random? Hol dir Miro, ist ein Ace. Miro, scheiß drauf, wenn du verreckst. Rennen. Fick ihn, ist ein Ace. Wenn du... Hier ist aber alles voller Stacheldraht. Oh fuck. So, jetzt habe ich irgendeine Finger. Oh, ich muss den wegkriegen. Serenity Spot. Das ist ein Ace. Ashes hier 2 Mann Ashes und Kapital Noch ne Drohne Und ein Miro 2 Mann, ja Ai 1 Mann, ja Boah das war Ich hab sogar das Messe Geräusch gehört Ey es war meiner Willst du mich verarschen Ich dachte du wirst Waren Sie doch Doch Schwein Du kommst nie wieder in die Gruppe, du bist raus. Hier ist hinten, hinter uns. Jetzt war es gut. Op 4 eliminiert. Proceed die Biohazard-Container-Lokation. Schön. Ruhm ist frei. Pass auf, da ist Kapkaner. Kein Mensch in der Straße. Smoke ist Küchenstairs. Und Bennett ist oben. Ich fag ein bisschen ab in der Twitch drunter. Was brennt, ist der nach oben? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist Room frei, also könnt ihr mehr rauben. Nein. Das wäre so ein schöner Clip gewesen. Das wäre so ein schöner Clip gewesen. Ach, die Fluchsmotte, ey. Schön ist sie. Ich bin ganz sicher. Das ist er. Ich bin ganz sicher. Die ist in der Cam. Ich bin in der Cam. Der ist in der Cam. fine. Da hinten ist keiner. Der Rook müsste von der, ähm, von der Tür kommen. Miro rechts von der Tür müsste der Rook kommen. Jäger dort hinten. Der ist anboden. Gehen wir. Gehen wir den Rook? Hehehe. Scheiße. Gehen wir den. Gehen wir rum. Der alte Drohne. Aber die kann. Äh, er geht oben, er geht oben. Die ist oben. Wer kann man hier? Nein. Ja, warte, warte. Bleibt die da oben? Ich denke schon. Shit. Sledge. Sledge ist tot. Was? Pass auf nicht, dass da noch einer piekt, Milano. Oh, Ash habe ich fast gehabt und dann kam jetzt jemand, äh, im Modell. Das war auch nur ein Lack. Ash ist da noch oben, die hat nicht mehr viel. Die ist ja im Büro gewesen. Ja. Okay, okay. Wer? Ich verpiss mich mal. Mero, die ist schon ein weiteres Büro. Ich bin bei dem kleinen. Ja, da genau. Danke dir, Freund der Berge. Schön Mero. Wie sie das wusste, wie sie das wusste, oder? Ja, ist er. Das ist fester. Bleib dir. Okay. Also ich wurde entdeckt. Genau, wo ich in der Ecke war. Ey, Bullshit. Fucking Desert Eagle, direkt auf die Fresse. Gibt's gleich noch'n Shot. Du bist so'n Lappen, ey. Du bist so'n Lappen, ey. Warum kannst du denn mit der Knarre so gut umgehen, ey? Das war ja auch noch gesprayt. Ja, aber das machst du immer und trägst aber auch die Headshots dann. Wenn ich das spraye, dann ist am Ende die Waffe an der Decke. Und das war's dann auch wieder für heute. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr auch schon mal Spots verwendet habt, also wirklich spezielle Spots, an die ihr vielleicht selber gar nicht gedacht habt, aber halt bei Serenity gesehen habt oder bei, keine Ahnung, Skittles oder vielleicht sogar bei mir. Schreibt's in die Kommentare und ich hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin, bye-bye, Leute. Und ciao. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.